Eigentlich war es nur eine Frage der Zeit. Eine Cyberattacke legt eine Pipeline in den USA lahm. Ist jetzt die kritische Infrastruktur dran? Die Hacks der Woche mit Martin Haunschmid. Herzlich willkommen zu den Hacks der Woche. Die Colonial Pipeline hat's erwischt. Am 7. Mai fand eine Cyberattacke statt. Inzwischen wissen wir, es handelt sich um Ransomware. Und die Kommunikationsabteilung hat inzwischen auch schon einen Satz rausgehauen, der sich gut im Repertoire eines jeden Geschäftsführers machen würde. Wir haben proaktiv Systeme heruntergefahren, um die Gefahr zu bannen. Wäre man zynisch, könnte man jetzt sagen, dass die Systeme wohl eher proaktiv von den Angreifern heruntergefahren wurden. Es sind nämlich die Pipeline Operations eingeschränkt. Die Frage, die sich jetzt jeder stellt, waren's die Russen? Kann man so nicht sagen. Laut Berichten von Bloomberg und dem Wall Street Journal handelt es sich um die Ransomware DarkSide. Die wird gerne gegen englischsprachige Länder verwendet. Und es finden sich auch keine Opfer unter den ehemaligen Sowjetländern. Im März hat diese Gruppierung ihr Geschäftsmodell verändert. Es gibt jetzt eine Arbeitsteilung zwischen den Developern der Schadsoftware DarkSide und denen, die sie verteilen. Die Profite werden dann aufgeteilt. Auch gehört zu den üblichen Taktiken, dass vorher Daten heruntergeladen werden. 100 GB sind's anscheinend in diesem Fall. Also insgesamt, ja, kommt sehr wahrscheinlich aus Russland diese Attacke. Aber nein, nicht staatlich gesponsert. Aber sicher geduldet, nehme ich mal an. Zur Einordnung zum Bigger Picture. Es handelt sich hier sehr wahrscheinlich um einen profitorientierten Angriff. Und ich bin mir sehr sicher, dass auch die Steuerungssoftware der Pipelines selbst nicht angegriffen wurde, sondern dass das das normale IT-Netz ist, das hier verschlüsselt wurde. Das ist normalerweise vom Steuerungsnetz der Industrial Control Software getrennt. Normalerweise. Und ich nehme mal an, dass das hier auch der Fall war. Das heißt aber, dass sich auch mit einem normalen Angriff auf die normale IT-Infrastruktur die Energieversorgung schon negativ beeinträchtigen lässt. Heißt aber auch, es braucht keine spezialisierte Hacking-Gruppierung und keine spezialisierte Schadsoftware, um Energieversorgung lahmlegen zu können. Es reicht, wenn der Angriff schlimm genug ist und das Unternehmen keine Ahnung hat, ob die Steuerungssysteme betroffen sind oder nicht und sie sicherheitshalber runterfährt. Aber nur zur Klarstellung, natürlich gibt es auch schon Schadsoftware, die auf Industriesysteme abzielt. Insgesamt überrascht mich dieser Vorfall aber eher wenig. Es wird seit Jahren gewarnt, dass die kritische Infrastruktur nicht ausreichend gesichert ist. Zu unserer nächsten Story. Ransomware wegen gekrackter Software. Laut dem Hersteller ESET sind die Angriffe auf das Windows Remote Desktop Protokoll im Jahr 2020 um über 700% gestiegen. Kein Wunder, jetzt sitzt natürlich jeder im Homeoffice. Da wird vielleicht das private Gerät verwendet, man ist in einer privaten Umgebung und da lässt man vielleicht etwas weniger Vorsicht walten. So passiert in einer europäischen Forschungseinrichtung, wo nun die Ransomware Ryuk ihr Unwesen treibt. Aber was ist passiert? Ein Student wollte sich eine Gratis-Alternative zu einer Visualisierungssoftware suchen, hat keine gefunden und dann natürlich eine gekrackte Version heruntergeladen. Wie man das so macht. Die Installation hat aber nicht funktioniert, der Windows Defender hat sich beschwert. Und was macht man, wenn sich der Windows Defender beschwert? Man deaktiviert ihn. Wie sich herausstellt, hatte der Windows Defender doch recht. Das war im Endeffekt eine Software, die jegliche Nutzereingaben mitprotokolliert. Das heißt, dieser Student hat sich irgendwann über Remote Desktop in das Unternehmen eingewählt und diese Eingaben, also Username und Passwort, wurden protokolliert und an einen Angreifer gesendet. Der hat dann etwas später sogar versucht ins Unternehmen einzusteigen, also verifiziert, ob die Zugangsdaten stimmen und diese dann im Darknet verkauft. Es gibt Foren, wo man sich eben solche Zugänge in Unternehmen kaufen kann und die werden dann gerne von Ransomware-Gruppen verwendet. Es fällt mir schwer, das irgendwie auf Lektionen runterzubrechen, weil so viel schiefgegangen ist. Die fehlende Awareness, Raubkopien nicht zu verwenden, den Antivirus nicht zu deaktivieren, aber auch von Unternehmensseite, den Remote Zugriff mit einem zweiten Faktor absichern zum Beispiel. Aber ja, ein Paradebeispiel, wie so etwas schiefgehen kann. Und ich möchte auch nicht wissen, wie viel Schadsoftware ich mir früher mit Videospiel-Cracks auf meinen Rechner geladen habe. Zu guter Letzt Exim, ein sogenannter Mail Transfer Agent, wurde von Qualys untersucht und es wurden 21 Sicherheitslücken gefunden. Die wurden treffenderweise 21 Nails getauft, 10 davon sind Remote, also übers Internet ausnutzbar. Bei den anderen 11 muss man lokal schon am Rechner sein. Und wenn man die kombiniert, dann ist es möglich, automatisiert einfach den Root-Zugriff auf einem verwundbaren Server zu kriegen. Das heißt, wir haben folgende Situation. Exim hängt prinzipiell im Internet. Es gibt einen Weg, das sehr leicht auszunutzen und zu hacken und dieser Weg ist noch dazu gut automatisierbar. Und Qualys hat auch ganze Arbeit geleistet und die Sicherheitslücken sehr gut dokumentiert. Das heißt, das Zeitfenster Updates einzuspielen ist wieder einmal sehr kurz. Und ich habe mir das ein wenig angesehen. Ich habe hierzu auf Showdown einfach mal nach dem Produkt Exim und dem Land Österreich gesucht. Es gibt hier 1200 Instanzen circa. In Deutschland sind es 146.000. Und wenn man sich diese Versionsnummern ansieht, dann haben ein paar Unternehmen noch etwas zu tun. Disclaimer, natürlich sind die Showdown-Daten nicht ganz aktuell. Kann also sein, dass das eh schon überall passiert ist. Aber nichtsdestotrotz updaten, updaten, updaten. Das war's für heute. Danke fürs Dabeisein. Ich freue mich immer über Shares, Kommentare, Likes, Follows. Gerne auf YouTube oder LinkedIn. Ich hoffe, dass der Student ab sofort für die Software bezahlen wird. Da geht es eben nicht mehr nur ums Geld sparen, sondern auch um die IT-Sicherheit. In diesem Sinne, bis nächste Woche.